Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Xcelerade Chronicles X. In diesem Part machen wir mal wieder eine Handlungsmission und dazu habe ich Lin und Elma einmal mitgenommen und natürlich Dark damit auch ein bisschen levelt und auf andererseits mal ein bisschen die Verbundenheit zur Gruppe stärkt und ja hier geht es irgendwie um Familienbande. Schauen wir mal. Tatsu kommt. Perfekt Zeit. Oh noch ein Opon. Okay. Entweder. Ich glaube hier sind Rivalen ja. Okay. Ich bin der Feind. Also Rivalen ja. Okay. 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 Hmm. Hm. Aha. Dodonga? What? Wie geht es jetzt eine Überleitung oder was? Okay, Tatsu ist total aufgeregt. Was ist da los? Was ist da los, Junge? Tatsu? 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 Oh, will du zuhörst, um zuhörst? Ja, Ma'am. Also, was ist das große Problem mit diesem Dodonga-Caravan? Ja, ernsthaft. Nopan sind nomadische Menschen, die in Karavans reisen. Karavans sind nach Nopan-Leader genannt worden, während der Karavan geformt wurde. Okay. 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 Ja, genau. Oh. Äh, ist klar, ne? Was bedeutet das, dass niemand sich erkennen würde? Ja. Ja. Schmerz, Lilly, ist schmerz! Okay, ihr zwei. Lass uns diesen Karavan einen Besuch verbringen. Es könnte ein guter Weg sein, wenn ihr euch seid. Hey, ja! Ich will sehen, wo Tatsu kommt. Ja, gell. Ob seine Mutter genau so verrückt ist. Ja, gell. Ob seine Mutter genau so verrückt ist. Okay, dann. Tatsu ist bereit. Bereit, um die Demöse des Vergangenen zu befinden. Bereit, um das unverteiltes Zukunft zu befinden. Bereit, um das unverteiltes Zukunft zu befinden. Bereit, um das Momapad zu besuchen. Oh Gott. Die Mutter! Und schon ist er weg. Hm, naja, gut. Die Vergangenheit musste sich stellen. Oh mein Gott, das hört sich richtig wichtig an. Also, ja. Gehen wir los, ne? Also, Noctilum und so. Und zum Glück nicht mal weit weg vom Eingang. Wo die schwachen Viecher noch abhängen. Ach, ja. Das wird bestimmt interessant. Tatsu's Familie. So, so. Wie wir bereits im Chat oder in den Mitteilungen mitbekommen, ähm, ist, es ist relativ häufig aufgefallen, dass die Leute Scales benutzen. In, äh, Gruppmissionen. Weil... Weil... Ich finde, ich kann da nur beipflichten, weil ich kenn das selber aus Elsort. In den ganzen Mounts. Und das ist scheißnervig, wenn da einer mit Mount spielt. Obwohl er eigentlich vom Level her und von allem her... ...gut genug wäre, um das alles auch so machen zu können. Stattdessen aber die ganze Gruppe... Ja, exzept von Nemesis, ja. Richtig. Deshalb hier einfach... Hey! Autsch! Nix da. So. Ah, sind wir schon da? Nö, hier ist, hier ist nur unser Außenposten. Tja, ich schätze mal, wir müssen hier weiter vor. Und ignoriere die Viecher hier. Hier ist tatsächlich irgendwas im Gange. Aha, die habe ich doch mal entdeckt gehabt, oder nicht? Hallo, Lolo, Lolo! Hallo, Lolo, Lolo! Guten Tag! Was geht bei euch ab? Das bringt mir noch Erinnerungen. Tatsu ist endlich zurück in den Danga-Karavan, wo es alles begann. Tatsu? Tatsu? Nein! Oh! Tatsu ist von Prone zu leben. Dada-Pon! Es ist Dada-Pon! Was? Tatsu ist Vater? Dada-Pon! Guck's Essen! Dada-Pon hat Geschenk? Hey! Warte einen Moment! Hast du alle diese Kinder hinter mir geblieben? Hast du mir gesagt, dass du eigentlich nur ein mitteljähriger Tod bist? Freunde, das verstehst du! Tatsu ist noch ein süßes Dada-Pon-Boy von 14 Jahren. Dada-Pon! Das ist nicht dein Dada-Pon! Das ist dein Bruder-Pon! Das ist Tatsu's Bruder? Ja, Coco! Mama-Pon von Tatsu! Ich dachte, du hast uns nicht gut gemacht. Die Kacko! Kocko! Kikakoko! Verrückt! Verrückt! Juhu! Tatsuo hat auch die Hoffnung, wenn er durch die Schmerzen verabschiedet wurde. Aber dann, keine Freunde zu retten, Tatsu! Oh, wo sind die Koko-Mannungen? Koko ist sehr glücklich, dass du mit deinem Freund gekommen bist. Das Freude ist uns, Koko. Ich bin Alma, ein Freund von deinen Sohnen. Und ich bin Lin. Schön, dich zu treffen. Awww. Awww. Er ist jetzt 13 Jahre alt, Mama Pan. Das bedeutet, er hat fünf Geschwister, der Tatsu. Und jetzt ist Tatsu bereit, die Klappen zu bekommen. Mama Pan sagt, sie hält, bis er 13 Jahre alt ist. Äh, richtig. Diese. Sind sie in irgendeinem Weise speziell? Sehr. Eine Klappenklappen war, als er jung war, Nopan. Tatsu hat Klappen erhielt, aber er versuchte, sie nicht zu tragen, bis alle aufgewachsen sind. Wo ist dein Vater jetzt? Tatsu, nicht jemand, um es zu sprechen. Oh. Oh, ist wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Oh. Hm? Oh. Aber, aber die Brille! Ich bin in die Präsentation. Der Gleitere freut mich auf, was ich nicht sehe, damit sie nicht lädt. Oh, Tatsu. Aber, aber... diese Klappen sind speziell. Klappen sind die einzige, die Tatsu hat, um sie zu erinnern, um sie zu erinnern zu, um sie zu erinnern. Das ist richtig. Wenn sie ihn in den Ozean legt, werden sie wahrscheinlich irgendwo aufgerissen. Hey, Lilly, richtig! Ich hoffe, nicht verloren. Frau Coco? Willst du mir zeigen, wo du die Gläser legst? Ich will sehen, ob ich den Köln vertreten kann. Natürlich! Und sie sollten genau hier sein. Das ist nicht weit von L.A. Also in Form von Noll-Lollis. Das ist voll clever. Danke, Freunde. Hm, das stimmt. Aber ich will mich für den meisten Weg, für den meisten Weg, bevor ich da zurücklaufen muss bis nach Primordia, lieber mal rüber porten, ne? Ich bin ja faul. Auch außerdem ist es ein ziemlich langer Weg. Da habe ich jetzt nicht Lust zu laufen. So, Kuh geblitzt. Zeig mal mir den Weg, ne? Hm, hier also irgendwo. Na dann, guck doch mal rum, ne? Ja, gleich hier. Nastige Bieste, die haben die Gläser auf der Gläser und dörteren Mund. Sind Sie sicher? Ja, Tatsu ist super sicher. Hm. Es geht um die Basis der Falle. Lass uns gehen. Jetzt jagen wir schon einer Brille hinterher. Meine Güte. Na dann. Oh, schon wieder so weit weg. Das ist mein Scale, wenn ich ihn brauche. Ah ja, den Weg kann ich noch laufen. Außerdem sehen wir noch ein bisschen was von der Gegend. Ich bin im Level 53er Vieh. Ach, hier waren wir ja schon ein paar Mal, ne? Ich erinnere mich dran. Aber der Weg ist nicht so weit. Schade. War da nicht irgendwie so eine versteckte Höhle? Hier zumindest nicht. Komm, das Haus sieht gar nicht so tief aus. Nee, schade. 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 Also du bist hier einjes Uzbek. Ja, ich habe McLemä eingebrettet. Ganz oben wird durch ein Yin-Tone. Oh. 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 Jetzt müssen wir schwimmen. Der Scale wäre jetzt noch einiges praktischer. Aber sowas von. Jetzt gehe ich jetzt einfach mal zu dem Scale. So fertig. Zeug jetzt am Scale, und dann jumpen wir einfach da her. Ich weiß es viel hier komplett den ganzen Weg da außen rum gefahren, äh, gelaufen. Okay. Na dann. Ah ja, stimmt, da kann man ja hoch. Also kein Problem. Das könnte sogar selbst für unseren Scale ein bisschen zu hoch sein. Ja, leider schon befürchtet. Mal kurz absteigen, das Ding untersuchen, weiter geht's. Und Beidung. Und weiter geht's. Also, ernsthaft hätten wir das Viech nicht verfolgen können. Das wäre um einiges schneller gegangen, als wenn wir jetzt hier so hinterher reisen. Also, da kann ich dann jetzt nochmal hoch. Oh, Grußium, Kerne brauche ich anscheinend. Hm. Jetzt will ich Richtung Süden. Zeit für euch. Okay, hier war ich wirklich nicht. Level 50er Tyrann, alles klar. In dem ich fast reingefahren wäre. Hier soll ja irgendwo sein. Urquellhöhle. Ach, jetzt muss ich auch noch in die Höhle. Welche Höhle lauft? Höhle? Höhle? Ich sehe nichts von der Höhle. Ich sehe, ich sehe, ich sehe die Höhle, die auf mich zukommt demnächst. Aber sonst? Hm. Hm. Müssen wir auch noch nach dem Eingang suchen. Na, sowas. Ja, jetzt untersuchen wir erstmal das Teil. Mal kurz gucken, ob es da irgendwo was gibt. Nein, sieht nicht so aus. Hm. Das ist eigentlich solch anscheinend. Irgendwo da unten. Man muss aber auch sagen, eine schöne Aussicht, ja. Schöne Aussichtsstelle. So, jetzt muss ich nur noch den Weg finden zu dieser Höhle. Und ich habe sie gefunden. Jetzt glaube ich, das Vieh einfach so überrolle, ne? Ah, da sind die. Ah, dafür brauche ich jetzt nicht extra ein Skell. Aber jetzt haben wir wenigstens die Stelle nicht gefunden. Mann, 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 Mann. Inmitten von Käfern ist das fähig. Nein, Mann, Mann, Mann. Und da! Ja, Tatsu hat sie zurück. Ich bin wirklich glücklich für dich. Coco wird sehr glücklich sein. Lass uns die News verbrechen. Genau. Soll allerdings wieder rüber nach Noctilum. Ah, da ist gefährlich. Ja, ich bin zu faul. Ach stimmt, da war ja dieses eher nervige Hin und Her da mit den Viechern. Ich gehe dann auch lieber außen rum. Oh, okay. hoffe sobald ich dagegen gekracht bin, auch nicht schlecht so, jetzt pass mal aber auf, dass ich nicht irgendwelche Viecher platt laufe na, soviel dazu, ich komm grad gar nicht vorwärts na dann bleibst du halt hier und wir gehen weiter oh, hier ist ein Prone Hopgut hier, auch nicht schlecht glaub, hier sollte ich nicht sein zu gefährlich, zu gefährlich, zu gefährlich, zu gefährlich aus Versehen mag ich schon ein Prone Lager aufgespürt, auch nicht schlecht unser Level 11er, der nervt mich jetzt aber wirklich ich weiß, wie war der Weg nochmal bis zu dem Typis, ey ich weiß es nicht mehr egal, wir finden den Weg irgendwie irgendwann so, jetzt gehen wir nach Süden das sind wir überhaupt richtig Kann ich schon mit einem Scale hier unten unterwegs sein, ist nicht gerade gut so gedacht. Also lassen wir den gerade mal da. So, da sind wir wieder Koko, wir bringen schöne Brille und ich habe jetzt außerdem mit Motsutsu gelabert. Hallo Koko, da sind wir wieder und wir bringen die Brille. Unglaublich, Tatsu wirklich fein Glässe. Ist Mama Pan stolz von Tatsu? Mama Pan ist stolz, dass Tatsu fantastische Freunde zu helfen hat. Also, es gibt keine Fröhung von ihr. Geh an Tatsu, probier Gläser. Genau. Jetzt paar... Jetzt... Boah Alter, die sind ja voll sexy! Gläser geben Tatsu einig und einig. Guck, richtig? Ah, Koko hat sich von Habi-Pon erinnert, als er jung war. Tatsu sieht einfach wie Nopan, die Koko erst in Liebe mit. Aber echt? Wissen Sie das Memento von deinem Vater? Memento? Nicht sogar lustig, Linli. Linli macht es so, wie Tatsu Dada-Pon bereits ein Kacke. Warte, ist er leben? So, was ist dein Papa Pan? Habi-Pon hat als Hero-Pon von Legend für dieses Jahr gewählt. Genau! Die älteste Nopan-Tradition sagt, dass Hero-Pon von Legend wegfällt, um zu kämpfen wickige Gäste. Dieses Jahr war der Tag von Dada-Pon. Ich bin nicht sicher, dass es eine gute Idee ist, die Hero-Pon-Geräste auf Geräte zu wählen. Aber trotzdem ist es ziemlich die Ehre. Ehre ist weniger wichtig als Paycheck. Habi-Pon besser schlägt, als wir, als wir. Er planzt, um viele Kinder zu feeden. Er hat sich immer wieder mit dem Kacke und mit dem Kacke. Oh, komm mal. Ist das Rikis Familie? Ich weiß es gar nicht. Ich hab's aus Xenoblade. Aus Chronicles aus dem ersten. Bist du sicher, dass du nicht mit deiner Familie bleiben willst? Ich muss das nur mal schnell gucken. Freunde brauchen keine Tatsu mehr? Ja, eigentlich haben wir nie wirklich... Was können wir dir sagen? Nichts, nichts. Blade ist jetzt das richtige Haus von Tatsu. Besonders, jetzt Tatsu kann Tatsu zurückkommen und den Karavan irgendwann mal besitzen. Das ist wahr. Erinnern sich nur, Tatsu ist nächstes in der Linie, um Karavan-Leader zu sein. Mh, mh. Warte hart mit schönen Freunden und bleibst Nopan von Titeln. Ne, das ist nicht Rikis Familie. Ich dachte schon. Aber es gibt so viele Parallelen, weil die Frau von Riki ebenfalls so pinke, flauschiges Fell hat. Und die haben auch Kinder und alles. Und es wurde über Heldenpon geredet und so. Und ja, hätte ja sein können. Das ist der wichtigste Nopan in Karavan. Das ist legendärer Nopan-Spice. Koko will Freunde, um es zu haben. Oh. Wirklich? Uuuh, Futter machen. Okay, Mama Pan. Tatsu ist weg, aber wir werden bald wieder besitzen. Mama Pan wird warten. Weil, die Charaktere hießen ja auch teilweise anders in den verschiedenen Versionen. So weiß ich nicht, ob das vielleicht doch ist. Arts interessiert mich nicht. Skilltrees? Nein. Ich find's nicht. Seine Frau heißt anscheinend Oka, die von Riki. Aber, äh, vielleicht war das auch nur, ähm, naja, wegen Dings halt. Wegen der Lokalisierung. Aber, naja gut, Scheid, drauf geschissen. Äh, einer von den Nopan hat einen Auftrag an uns. Okay. Na, gucken wir mal, um was es geht ungefähr. Ja, gut. Ähm, mal nachfragen, was da los ist. Oh. Schlechter, ja. Schlechter Ort vielleicht. Schlechter ... Schlechter ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, wir sind die Typen, die dazu helfen, mehr oder weniger freiwillig. Hm, ja, warum nicht, Mützen? Okay, wir müssen aber ganz schön viele Sachen bringen. Harnengabaumwolle oder sowas, wenn ich es richtig ausspreche. Da fehlt mir eins, aber der Rest habe ich sogar, cool. Alles klar, dann bräuchte ich eigentlich ja nur noch diese komischen Baumwolle. Hm, cool. Naja, ich hätte mal gesagt, wir machen an der Stelle auf jeden Fall mal einen Cut. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal, ich würde mal offscreen nach diesen komischen Baumwolle suchen und dann ihm dann voll helfen, ein paar Mützen für die Menschen zu entwerfen, weil das stylisch und hip ist und der neueste Schrei und so, so, uhuhuhu, toll. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und machen dann an der Stelle dann direkt weiter. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschau tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020